Und ein Moinsen zu den dieswöchigen und letztwöchigen VfB-News. Habe ich mich ja noch geschont gehabt letzte Woche. Und dann hatten wir auch den schönen Stream am Samstagabend gegen Gladbach. Das hat alles funktioniert gehabt. Und auch von der Menge her heute ist es glaube ich ganz okay. Wie gesagt, da ist wie immer alle Links, alles ist unten in dem Sammellink in der Videobeschreibung drin. Was auch geklappt hat, traumhafte Übergang, traumhafte Überleitung hier. Oma Mamusch hat funktioniert im Sinne des Abstimmens. Also wir haben es geschafft. Der Kollege hat das Ding geholt. Rookie des Monats im September ist er geworden. Der Pokal gehört uns sowieso. Also letztes Jahr hat sie das alles abgerissen. Ich glaube auch ein Kabak hat, auch wenn nur die Rückrunde da war bei uns, ich glaube auch damals der Rookie des Jahres sogar abgeräumt oder sowas. Also das Ding gehört eh uns. Natürlich, weil es jetzt über zwei Wochen ging, ist es jetzt schwierig gewesen, es irgendwie gescheit zu verbinden. Ich hoffe, dass da trotzdem irgendwie so ein bisschen eine Chronologie drin ist oder irgendwie ein paar Zusammenhänge drin sind. Wir machen gerade so ein bisschen was zu Einzelspielern erstmal. Wir machen weiter mit Kempf, wo letzte Woche die Meldung kam, wo die Vermutung kam, dass laut dem Kicker durchaus Anzeichen gibt, dass Kempf in Erwirkung ziehen könnte, doch den Vertrag bei uns zu verlängern. Läuft ja im Sommer aus. Gibt ja das Gerücht von der Hertha oder gab das Gerücht von der Hertha im Sommer ablösefrei. Aber mal sehen, was da so kommt. Hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn Kempf doch noch sagt, ey, ich bleib doch hier. Und so wie es gerade aussieht, wäre Hertha ja auch nicht der höchste Schritt tabellarisch und alles. Mal gucken, wie es im Sommer aussieht, wenn die Saison vorbei ist, logischerweise. Aber ich glaube, würde ich nicht ablehnen, dass Kempf doch bei uns verlängert und eben nicht irgendwo hingeht. Und Gintas hat mal verpasst im Team of the Week, warum hast du den VfB so? Ist einfach auch richtig. Also Dinos ist eigentlich seit zwei, drei Wochen überfällig. Das war letzte Saison mit Silas genau das Gleiche. Da hatten wir auch zwei, drei oder vier Spiele am Stück, wo er rasiert. Dann hat er irgendwann seinen Silverstars bekommen. Ich glaube, nach dem Dortmund-Spiel war das nach dem 1 zu 5. Weiß ich, ob Dinos doch nochmal drei weitere Sensationsspiele machen muss. Aber kein Ahnung, warum der sein Inform nicht bekommt. Und dann kam, ich weiß auch, ich weiß nicht, warum Gintas eine Inform bekommen hat für das Spiel in Gladbach. Warum hat da Gintas eine Inform bekommen? Das muss man irgendwann mal irgendeiner logisch erklären. Und ja, ich würde Silas lieber heute als Morgenspielen sehen. Aber er ist gerade mal zurück im Training. Realistisch betrachtet denkt ihr, wir sehen Silas im November wieder zurück in der Bundesliga. Einfach, ne, einer hat es getwittert. Das haben wir so repräsentativ rausgenommen, weil natürlich Silas jetzt auch vom VfB ständig hochgeladen wird. Hier er hält einen Ball hoch, da er macht Torabschluss, hier er macht wieder ein paar Sprints. Das Comeback sieht so gesehen in der Nähe aus, zeitlich würde ich mal sagen. Aber ich glaube auch nicht vor Mitte November, Ende November, dass wir da irgendwie drauf hoffen können, dass da irgendwie was geht. Mal gucken. Länderspielpause ist ja auch nach dem Bielefeld-Spiel. Da müsste das Dortmund-Spiel, wenn ich gerade aktuell mal kurz in Galena gucke, das müsste dann wahrscheinlich am 20. sein, das Spiel in Dortmund. Am 21. irgendwie sowas. Da vielleicht oder eben die Woche später. Ich denke, Ende November, vielleicht auch erst Anfang Dezember. Ich denke, gerade bei Silas sollte man aufpassen, dass da kein Fehler passiert und der sich nochmal irgendwo durch eine Kleinigkeit noch länger quasi außer Gefecht setzt. Auch sehr schön ist das Aktuelleres jetzt von Kalajcic aus unserem dunkelroten Magazin vom VfB. Wenn ich jetzt wieder die Zuschauer sehe, die hier ins Stadion kommen dürfen, entwickelt sich in mir eine große Motivation, noch härter für mein Comeback zu arbeiten. Vor der vollen Kanche der Kurve zu treffen, wäre ein tolles Erlebnis. Schöne Worte. Der hat es auch noch nicht erlebt bisher, nur vor 5.000, 6.000 oder sowas. Das war es ja, auch in der Saison mit den 25.000 hat er ja auch kein Spiel zu Hause gemacht bei uns so. Ja, oder hat bis in 8.000, 9.000 damals den Leverkusen hat er getroffen, wo glaube ich dann 9.000 im Stadion waren beim 1 zu 1. Aber sonst hat er wirklich das erst nicht erlebt. Er hat es nicht erlebt. Deswegen schöne Worte, aber bei ihm dauert es noch länger als bei Silas. Mit dem kann man erst im nächsten Jahr rechnen vermutlich. Auch sehr interessant. Heute hat Pellegrino Matarazzo mit einer Amtszeit von 662 Tagen Ralf Rangnick in der Rangliste der längsten Amtszeiten der VfB drin übereingeholt. Damit ist Matarazzo auf dem geteilten 17. Platz der längsten Amtszeiten. Ja, einfach nochmal ein Beispiel. Schön wieder hier statistisch mäßig rausgehauen. Hat er, glaube ich, auch sogar die Frage auf der PK gestellt bekommen. Hat er ein bisschen gespunzelt. Natürlich wusste, worauf er sich da einlässt. Dass er natürlich schaut, wie ist so die Halbwertszeit, doof gesagt, von dem Trainer beim VfB. Aber dass er auch sieht, dass er sich gefühlt erst am Anfang des Projektes sieht, noch viel, viel kommt, noch viel, viel erreicht wird und so weiter. Aber sehr schön. Wenn jetzt hier mein Trainer mal nicht direkt wieder nach einem halben Jahr weg ist. Rino jetzt ist ja wirklich dann auch schon seit dem Anfang 2020 da. Ja, das kann der ja nicht weiter so laufen. Das ist natürlich jetzt absolut random. Hier kriege ich auch gefühlt keine Überleitung hinbekommen. Aber es gab eine Geschichte zu Holger Badstuber. Der, oder wahrscheinlich alle VfB-Spieler, haben irgendwie eine Uhr bekommen zum Aufstieg. So als Geschenk oder sowas. Die dann irgendwie auf Ebay oder wo auch immer gelandet ist mittlerweile. Wo alle dachten, okay, lol, hat der Badstuber-Singer auf Ebay gestellt. Heute hat er geschrieben, ich habe die Uhr einem Staff-Member des VfB als Dank geschenkt. Was danach mit ihr passierte, finde ich nicht gut. Grüße nach Stuttgart. Also es war quasi nicht von ihm aus, sondern irgendwie ist das Ding dann über weitere Hände online gelandet. Für, was waren das hier, 2.899 Euro. Mit Holger Badstuber drauf, Aufsteiger und so Geschichten. Auch eine schöne und eine Scheißaktion gleichzeitig. Also die Scheißaktion war der Ursprung quasi, wo in Gladbach eine Dame einem Kind, so wie es klingt, ein Koulibaly-Trikot aus der Hand gerissen hat. VfB hat direkt reagiert und die beiden Kinder, denen das Trikot abhandengekommen ist, bekommen jetzt Trikots von Sosa und eben auch von Koulibaly. Sehr, sehr schön. Auch sehr schönes Thema Inklusion ist beim VfB schon lange ein wichtiges Thema. In einem Fan-Blog für taube Menschen können sich Gehörlose in Gebärden über das Spielgeschehen austauschen. Jeder Spieler kann jetzt auch seinen eigenen Gebärdennamen berichten, der SWR Sport. Auch ein sehr, sehr schönes Zeichen, wie ich finde. Genauso wie auch wieder die VfB Fairplay-Aktionen, nämlich gemeinsam für nachhaltige Textilprodukte und Lieferketten. Der VfB setzt auf Merchandise, Textilien mit fairen Löhnen. Auch schön zu hören und, was ich auch gar nicht mehr im Kopf hatte, aber so ist es jetzt, so wird es dann auch kommen. Abstimmung zum Design der neuen Mitgliedsausweise kam jetzt in mein Mailfach vom VfB als Mitglied. Zum Jahrespring 2022 steht da Versand aus und jetzt kann man wohl scheinbar aus zwei verschiedenen Designs wählen, was einem am besten gefällt. Bis zum 31. Oktober kam man da wählen als Mitglied und auch die Dinger sind klimaneutral, produziert, 100% Recycling, PVC und der Ausweis wird dann fünf Jahre gültig sein. Ich mache das jetzt hier einfach mal kurz spontan, wenn es klappt. Schauen wir mal eben. Survey, jo geht. Ah ja. Welches Design soll es werden? Da sehen wir die verschiedenen Designs. Ich sehe jetzt keinen riesengroßen Unterschied, aber da kann man auf jeden Fall auch abstimmen darüber, wenn man eben Mitglied ist. So, sehr interessante Geschichte auch zum Thema Vereinsbesetzung, nachdem Thomas Hitzesberger nächstes Jahr im Oktober weg sein wird, final oder eben eine andere Aufgabe sucht oder wie auch immer, eine Pause einigt, wie auch immer. Gab es das Gerücht von Christian Keller von Jan Regensburg, ist auch ein bisschen länger her, wie gesagt, eben noch leider aus der letzten Woche. Aber am 12. Oktober hat der SSV Jan Regensburg dann verkündet, Christian Keller verlässt den SSV Jan Regensburg nach über acht Jahren wie Geschäftsführer pro Fußball verlängert seinen auslaufenden Vertrag über den 31.10.2021 nicht. Also dieses Jahr schon, also ein paar Tage, doof gesagt, ist das Thema vorbei. Da hat er scheinbar super Arbeit geleistet in Regensburg, sind auch gerade im Aufstiegskampf dabei. Und dann eben jetzt hier auch die Aussage dort drin, nach seinem Ausscheiden beim SSV Jan wird Christian Keller eine mehrmonatige berufliche Auszeit einlegen. Das würde ja von den zeitlichen Abständen schon passen. Also die Gerüchteküche gab es ja sowieso schon, dass der einer für uns sein könnte und das würde ja absolut perfekt passen. Mehrmonatige berufliche Auszeit, der hat Monate Zeit, um sich die zu nehmen und dann eben bei uns anzuhören nächstes Jahr. Also es würde schon irgendwo zusammenpassen. Dann auch ganz aktuell, ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen, hat es hier ein bisschen fröhlich vor sich hingestürbt in ganz Deutschland. Und dann kam direkt ein geiler Tweet und einfach ein blöder Witz, den ich aber hier perfekt als Überleitung nehmen kann. Ich will nicht sagen, dass draußen ein krasser Sturm ist, aber vor meiner Türe steht Mario Gomez und Sascha Karlajcic. Junge, es ist so gut. Hilfe. Aber die Überleitung zu Gomez ist dadurch gemacht, der jetzt natürlich auch in FIFA seinen Foot Hero Karte hat. Und da gibt es vom VfB aus und auch von EA aus einen sehr, sehr schönen Film. Drei Minuten dreißig lang, wo ein bisschen erzählt. Meisterschaft und so Geschichten. Auch FESA, glaube ich, war es dazu ein sehr, sehr schönes, kurzes Filmchen geworden. Und Gomez haben wahrscheinlich auch die meisten schon gelesen. Irgendwo wurde ja viel verbreitet. Die Aussage, ich nehme sie auch noch mal rein, hat eben in einem Interview auch erzählt, über die Veränderungen im Fußball quasi, über Alkohol und Bowlingabende. Die Spieler werden immer jünger und trinken auch kein Alkohol mehr. Als ich jung war, 2007, 08, 09, gab es auch noch mehr Mannschaftsfeiern. Die Bowlingabende waren immer feuchtfröhlich. In meinen letzten, für zweieinhalb Jahren beim VfB hatten wir mal einen Bowlingabend, an dem wir für einen Strike einen kurzen vom Wirt bekamen. Für den 18 Strikes an dem Abend gab es 14 mal ein Nein, ich trinke kein Alkohol. Und die anderen vier waren der Gentner und ich. Auch eine schöne Story. Da ist mir jetzt hier die Meldung von Batsch immer noch mal reingerutscht. Aber die haben wir schon durchgenommen natürlich. Und wir switchen quasi rüber zum Thema Stadion. Auch so ein bisschen zum Thema Corona. Leider ist einfach so. Bleibt halt das Thema. Beim Silas Heimspiel, Comeback, während Stand jetzt einfach bis zu 60.000er. Ich glaube, wie geil wird das bitte vorausgesetzt. Es gibt organisierten Support. Also gibt es natürlich auch eine neue Meldung. Oder was heißt neu. Aber für diese Folge neu. Ihr wisst von der Meldung natürlich auch schon. Was natürlich stimmt. Also dieses Comeback. Ich kann mich noch erinnern an das Skincheck-Comeback der zweiten Liga. Das war auch grandios, dass der eingewechselt wurde. Ich glaube, Silas Ding wird nochmal einen Tacken heftiger. Mal gucken, wann der sein Comeback feiert. Dann natürlich hoffentlich mit so vielen Zuschauern wie möglich. Auch interessant. Natürlich in den ganzen Corona-Fällen im Team war dann eben, yo, ey, Fans müssen mit 2G rein. Wie sieht es mit Mitarbeitern? Und wie sieht es mit Spielern aus? Da hat sich sogar das VfB-Serviceteam dann gemeldet gehabt. Wir haben ein Hygienekonzept eingereicht. Und wie oben beschrieben, müssen Mitarbeitende, die nicht dem DEFL-Taskforce-Konzept unterliegen, 3G erfüllen. Das wird angewiesen und kontrolliert. Also da ist der Stand so. Bei uns im Team ist der Stand scheinbar so, wegen den Impfdurchbrüchen, die es ja gab. Bei manchen von unseren Impf-Fällen. Bei manchen von unseren Corona-Fällen jetzt liegt es wohl daran, dass die Kollegen mit Johnson & Johnson geimpft wurden. Und da, ja, eben die Durchbrüche kamen, weil das, ich meine, ich wurde auch mit Johnson & Johnson geimpft von der Uni aus. Das ist natürlich auch für die und für mich dann auch am einfachsten gewesen, weil du einfach nur eine Impfung hast oder gebraucht hast und dadurch halt direkt vollständig geimpft bist. Das ist halt die meisten Sportler halt so auch. Dann müssen die nicht irgendwie ewig warten und dann die zweite Impfung und so weiter. Einmal die Impfung und fertig ist es. Sie sind vollständig geimpft so. Aber hat ja schon auch, wie gesagt, ich bin kein Experte in dem Thema, aber hat ja, glaube ich, soweit ich das alles richtig verstehe, mit einem der schwächsten, ja, schwächsten Schutz in Sachen, eben Impfdurchbruch, also in Sachen, ich kann mich trotzdem infizieren. Was ja jeder kann mit seiner Impfung so. Die schützt nicht vor Infektionen, sie schützt vor allem vor schlimmen Verlauf. Das macht auch die Johnson & Johnson-Impfung sehr, sehr gut mit. Am besten, glaube ich, sogar vom schlimmen Verlauf. Aber eben die Chance oder der generelle Schutz ist halt irgendwie ein bisschen schwächer, so wie ich es richtig verstanden habe. Gerne, wenn da wer mehr Ahnung hat, gerne in die Kommentare da mit rein. Wie generell natürlich zu allen Themen gerne in den Kommentaren euren Sendung dazu da lassen. Und dadurch kann es natürlich sein, dass eben gerade bei Johnson & Johnson, was ja dann wohl die meisten Spieler haben, es dann eben doch vielleicht ein, zwei mehr Impffrischbrüche geben könnte, als jetzt bei Biontech oder sowas. Genau. Und da stand auch nochmal in dem Transfermarkt.de Insider quasi doof gesagt, dass Silas auch natürlich auf einem guten Weg ist. Also auch da nochmal bestätigt quasi, auch wenn man da immer gucken muss, ne? Transfermarkt.de Insider, ne? Aber scheinbar keiner, der jetzt irgendwie durch Unzuverlässigkeit bisher aufgefallen wäre. Und Kalitisch braucht, wie gesagt, eben noch eine Weile. Ist ja auch noch in Österreich gerade. Aber das Hauptthema von dem Kollegen war das Thema Impfen. Und da hat man natürlich auch jetzt die Geschichte mit Aurel Mangala, der jetzt, ja, was heißt, na gut, wir wissen jetzt nicht, ob er falsch positiv getestet wurde, aber auf jeden Fall wurde er jetzt wieder direkt doppelt negativ getestet und ist dadurch wieder im Training und so weiter am Start, ab Mittwoch, glaube ich, genau. Das heißt, es liegt schon nahe, dass er am Samstag vielleicht falsch positiv getestet wurde oder eben vor dem Spiel, dass er eben nicht in Gladbach spielen konnte. Das war sehr, sehr knapp davor noch. Aber es ist der ganzen Digger drumherum halt alle negativ, deswegen komisch, wie es da zu einer positiven gekommen ist. Eine sehr, sehr schwierige Aussage, also nicht die Aussage selber, aber das, was die Aussage einem dann sagt quasi, finde ich von Matarazzo, der es vor dem Spiel, glaube ich, gesagt hat, natürlich überall gefragt wurden beim VfB, ey, wie sieht es mit Corona aus, wie sieht es mit Impfung aus, was macht ihr da und so weiter, wo auch ein bisschen da wieder gesagt hat, ey, klar, die haben alle ihre eigene Meinung, alle können sich, können selber entscheiden, ob sich impfen lassen wollen und nicht, wir haben keine Impfpflicht beim VfB, ist ja auch völlig in Ordnung, völlig richtig so, aber ja, wir haben auch scheinbar eine recht akzeptable Impfquote, also eine repräsentative Impfquote im Verein, aber ja, gibt wohl dort noch Fälle bei uns, die eben sich nicht impfen lassen oder impfen lassen wollen oder impfen lassen haben eben bisher und da könnte wohl ein Grund sein, den Rino dann da gebracht hat, die Spieler haben aber auch andere Ansprechpartner als uns und lesen viel im Internet, was teilweise Müll ist. Fiel da ein bisschen schade, ich meine, klar, da kann es jeder leiten lassen von Geschichten und jeder kann es selber für sich recherchieren und so weiter und so fort, das haben wir gerade während Corona gemerkt, wie wichtig es da ist, sich gescheite Quellen zu ziehen, aber natürlich schade ist es zu hören, weil, keine Ahnung, am Ende des Tages schadet es halt vor allem dem Team und der Performance mit irgendwelchen Spielern ständig ausfallen, oder das heißt ständig, aber öfter ausfallen, weil sie eben nicht geimpft sind oder dann halt andere dann mit anstecken oder wie auch immer eben, oder jeder Spieler, der ausfällt im Team wegen einer Corona-Infektion, ist natürlich nicht geil fürs Team und nicht geil für den Verein und nicht geil für die sportliche Leistung, weil dann einer eben durch die Gefahr, die dann als Nicht-Geimpfter quasi ja noch höher ausgesetzt ist, sich eben zu infizieren, dann dem Team am Ende des Tages schaden könnte, ob das über alleiniges Fehlen dann ist als Stammspieler oder wie auch immer, finde ich sehr, sehr schade, aber gut, die Haltung an und für sich, das natürlich keine Impfpflicht im Verein ist, das ist natürlich völlig richtig so, also da will ich jetzt auch keinen, keine Ahnung, niemandem was vorsetzen wollen, das ist, glaube ich, das Letzte, was wir alle irgendwie wollen und tun sollten, ist eh schon gerade, ja, genügend, ich lese jeden Tag im Praktikum wieder morgens Kommentare, gibt es genügend Aufreibereien zwischen Leuten, die sich impfen lassen, zwischen Leuten, die sich nicht impfen lassen, teilweise mit völlig legitimen Argumenten, manchmal mit keinen Argumenten, deswegen sollte man da, glaube ich, nicht noch weiter Salz in diese eh schon, ja, aufgeriebene Wunde schütten, würde ich mal sagen. Hier, wir gehen zurück zu richtig geilen News, nämlich wir sind zurück, Kommando Cannstatt, ich habe ja quasi so ein bisschen auf Verdacht, doof gesagt, dieses Video gemacht gehabt mit den 60.000 sind zurück und so weiter und so fort, was ja wirklich auch sehr, sehr geil geklickt wurde bisher und auch wirklich geile Kommentare bekommen, also vielen, vielen Dank dafür. Der Einheizer eben zum Rückkehr oder zum möglichen Rückkehr von 60.000, der kurze 5-Minuten-Trailer, glaube ich, hat auch sehr, sehr Bock gemacht, das Ding zu schneiden, auch die Musik, einfach sehr, sehr geile Nummer und eben auch jetzt, da war es noch nicht klar, zwei, drei Tage später war es dann klar, dass eben auch die Cannstatt Kurve tatsächlich offiziell zurückkommt, wir sind zurück, ab dem kommenden Heimstück in Union Berlin, wollen wir als Cannstatt Kurve mit organisiertem Support, Zauen fahren, Trommeln, Schwenk fahren und allem, was zugehört, zurückkehren, ein Neckarstein unter Vollauslastung ermöglicht uns wieder ein kollektives Auftreten, die aktuellen Gegebenheiten sollten dabei allerdings nur eine Übergangslösung sein, die Fanklubs und Gruppen der Cannstatt Kurve, also da können wir uns sehr, sehr drauf freuen, ich gehe auch gleich natürlich nochmal auf den weiteren Spieltag gegen Union natürlich ein, der Vorbericht dazu wird vermutlich morgen früh dann kommen, also am Samstag früh, genau und da eben auch perfekte Kommentare dazu, meine Stimme wird am Sonntag, 24.10.2021 im Neckar Stadion beerdigt, perfekte Aussage, glaube ich, der Cannstatt Kurve macht auch natürlich weiter dann mit ihren Aktionen jetzt auch, also der Fankalender kommt wieder, 17. Auflage des Fankalenders ist ab dem Heimstück in Union Berlin erhaltlich, der gesamte Erlös kommt dieses Jahr dem Wünsche wagen zugute, auch eine schöne Aktion, da haben sie auch nochmal in ihre Grafik eingebaut, gesamte Spende in Summe seit 2000, ist das eine 6, ja, ne, seit 2006 179.800 Euro haben die eingenommen durch diese Fankalender und so weiter, für wohl tätige Zwecke, ist eine sehr, sehr starke Aktion und da kommen wir eben jetzt nochmal kurz oder vermutlich, ich bin ein recht längerer Part, wie ich mich so kennen mit Tickets, eben das Thema Union Berlin und Köln und Bielefeld, weil die Tickets sind bisher alle im Verkauf, müssten jetzt auch alle im freien Verkauf sein, äh, ja, ja, alle im freien Verkauf, auch das Dauerkart, da bin ich mal gespannt, ob die jetzt dann nach dem Union oder quasi mit Anpfiff des Union Berlin Spiels das Dauerkart wieder rausnehmen, weil da zählt ja für eben Union, Bielefeld, Mainz, Hertha und Bayern, wenn das Union Spiel raus ist, dann zählt es ja quasi nicht mehr da rein, das geht ja irgendwie nicht, das ist eher auch so ein Doppelding gewesen, äh, dass du das Dauerkartel hast und gleich den Verkauf von Union Berlin, das heißt, sobald jemand für Union Berlin ein Ticket holt, ist es ja auch im Dauerkartelverkauf weg quasi, weil das Union Berlin Spiel aus dieser Karte rausfällt, ähm, so habe ich es quasi auch immer jetzt gesichert, dass ich zumindest mal den Platz 18 oder auch den, ne, Platz 21 war es, ähm, neben meinen Plätzen 20 und 19 immer frei habe, falls ich halt noch eine dritte Person mitnehme, weil ich habe den jetzt, geht es zu dritt gegen Union, den 21er Platz geholt, über einen ganz normalen Union verkauft und dadurch ist der ja auch als Dauerkartel weg, weil eben das Union Spiel da wegfällt und dann nicht mehr die komplette Dauer, das nicht mehr das komplette Dauerkartel ist, ähm, gegen Union, da kam es die Aussage, werde ich natürlich morgen auch nochmal ansprechen, im, äh, Vorbericht, dass aktuell 29.000 Karten verkauft wurden, ähm, und sie mit, bis Sonntagabend, bis zum Anpfiffthof gesagt, eben mit 32.000, ähm, Karten rechnen, von VfB-Seite aus, äh, ja, auf den ersten Blick bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, weil es sind halt doof, sagt nur 4.000 mehr als sonst mit den 25.000, aber man muss halt auch sehen, 2G, das schließt ganz faktisch halt einfach ein paar Leute aus, mit 3G konnte man auch getestet rein, das geht jetzt eben nicht mehr, ähm, und eben diese Anschlusszeit, also Sonntag 17.30 ist halt komplett kacke, dazu ist glaube ich Union auch, ich weiß jetzt nicht, aber nicht der attraktivste Klub überhaupt, ähm, ja, deswegen, es gibt schon ein paar Argumente, warum das eben jetzt nicht so hoch ist, wie man sich vielleicht erhofft hätte, er hat Richtung 40.000 vielleicht leicht erhofft, irgendwo zwischen 30.000 und 40.000, jetzt sind wir halt im tieferen 30.000 Bereich vermutlich, ähm, aber das Hauptding, was ja auch schon mal sehr, sehr hilft, äh, ist ja, dass die Kurve zurück ist und das ist auch die Kurve, also bis auf ein paar Einzeltickets, ist auf jeden Fall die zentrale Kurve komplett weg, also die Stehplätze zentral sind weg, auch die Sitzplätze drüber quasi, wo ich da mit meinem 34D-Block hocke, auch die sind quasi weg, ähm, das heißt, die Stimmung wird auf jeden Fall ein großes, großes Upgrade kriegen, glaube ich, da gibt es jetzt auch ein Vorsingen am Sonntag um 16.30, werde ich morgen auch nochmal ansprechen, im Vorbericht, äh, stoppt sich leider jetzt so ein bisschen in den beiden Sachen, aber finde ich nicht schlimm, äh, ein Vorsingen um 16.30, ähm, vor der Kurve oder in der Kurve, wie auch immer, äh, es gibt auch ein neues Lied scheinbar, vielleicht zieht man das auch ein, scheinbar haben sich einen neuen Fan-Gesang ausgedacht, oder wie auch immer, ähm, ja, bin ich mal sehr, sehr gespannt, äh, gegen Köln sieht es einen Ticken weniger, äh, verkauft aus, wenn das, wenn Union jetzt 29.000 weg sind, dann ist für nächste Woche Mittwoch, keine Ahnung, wahrscheinlich 26.000 oder 25.000 Karten weg bisher, da gibt es aber, glaube ich, noch keine offizielle Aussage zu, bin mir gespannt, Mittwochabend Pokal natürlich nochmal eine ganz andere Anstoßzeit dann natürlich auch, äh, Bielefeld erwarte ich, dass da deutlich, deutlich mehr kommt, ähm, da sieht der Verkauf auch jetzt schon ganz ordentlich aus, einfach weil es eben, glaube ich, auch noch Herbstferien sind, dazu ist es eh Wochenende, und eben Samstag 15.30, plus, du hast Bielefeld auch einen Gegner, wo man meinen sollte, die kannst du schlagen, so, das ist bei Union nochmal ein bisschen schwieriger, also, aus den nächsten Partien ist Union auf jeden Fall der schwerste Gegner, glaube ich, ähm, in Köln zu Hause wird auch nicht so easy, aber ich glaube, vor allem Union auch tabellarisch, ähm, in den letzten Jahren, ähm, deswegen glaube ich, dass es gegen Bielefeld einiges gehen könnte an Zuschauern, ähm, also da hoffe ich mir schon in Richtung 40.000, also ganz, ganz klar gegen Bielefeld, ähm, und danach ist ja dann auswärts Augsburg, wo ich noch auf eine Rückmeldung warte von VfB, aber wo ich vermutlich oder hoffentlich angemeldet bin ich, aber ob ich halt die Karten bekomme, ist ja andere Geschichte, wegen Kapazität, da ist ja glaube ich auch gerade nur die Hälfte in Augsburg möglich, das heißt auch in einem Auswärtsblock sind deutlich weniger möglich als in der Normalität, doof gesagt, ähm, aber wenn das alles klappt, was ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dann bin ich auch in Augsburg, also ich, ihr könnt quasi ab Sonntag innerhalb von einer Woche drei Stadionfloks erwarten, Union, Köln, und eben Augsburg auswärts, ähm, das wird schon eine sehr, sehr geile Nummer, ähm, auch sehr interessant ist natürlich, ähm, oder was ich dann geschaut habe, das Thema Dauerkärtle, habe ich ja geholt, ähm, und habe mich da auch schon gefragt, mh, ist das jetzt so eine geile Aktion, das nur als Smartphone-Ticket rauszugeben, also für Menschen, die einfach schlicht und ergreifend kein Smartphone haben, das gibt es ja auch immer noch, ähm, aber man kann quasi den Weg umgehen, man braucht auf jeden Fall einen Rechner, weil sonst kommst du ja eh, du brauchst halt irgendwas, um mal eben an diese Karte zu kommen, äh, aber was ich jetzt auch immer so mache, weil meine, diese, diese, äh, Tickets und diese, ähm, Karten-Apps und sowas dann quasi auf dem Handy, diese, diese Pass-Apps und sowas, keine Ahnung, das hat bei mir nie wirklich gescheit funktioniert, ich musste bisher auch immer auf dann die virtuelle Version von dem PDF quasi zurückgreifen, oder auf die ausgedruckte Version, damit es irgendwie geht, ähm, deswegen habe ich da jetzt auf Nummer sicher, werde ich es immer so machen, ähm, mir eben einfach das PDF zu ziehen, weil das kann man nämlich auch machen, man kann den Umweg machen, ähm, das Ticket einfach immer, als Tagesticket, der Dauerkarte kannst du ja als Tagesticket weitergeben, per Mail an jemanden, der es dann eben nimmt, weil du an dem Spiel nicht kannst, so dafür ist es ja da, äh, aber ich schicke es mir jetzt einfach auch mal auf die Mail, weil dann bekommst du es als PDF, man kann es jetzt als PDF ausdrucken, und eben damit ins Stadion gehen, personalisiert ist das auch alles gar nicht mehr, also, müsstest du doofsagt, das Dauerkarte auch gar nicht irgendwie, als Tagesticket weiterschicken, könntest du einfach die, die Smartphone-Version an den Kollegen weiterschicken, dann hat er natürlich das Dauerkarte für jedes Spiel, könnt quasi ins Spiel gehen, auch wenn er mal nicht dürfte eigentlich, ne, wahrscheinlich ist es einfach zur eigenen Sicherheit, ähm, dass es diese Option gibt, mit als Tagesticket verschicken, aber personalisiert das Ding so, so oder so nicht mehr, ähm, das ist eben der Umweg, für alle, die keinen Bock drauf haben, auf Smartphone-Ticket, dann schickt euch das Ding einfach jedes Mal selber, als Tagesticket, ähm, dann habt ihr es als PDF, könnt ihr es ausdrucken, plus, was ihr natürlich auch immer mit ausdrucken müsst, äh, ausdrucken müsst, ähm, oder mithaben müsst, ähm, egal ob digitales Ticket, oder eben ausgedrucktes PDF, ähm, ist eben das ÖPNV-Ticket, das muss man auch für jedes Spiel neu ausdrucken, immer nur eben, damit anreisen zu können, mit dem öffentlichen, ähm, ja, mit Zug, ähm, mit Bus, oder wie auch immer, wie ihr ins Stadion kommt, wenn ihr mit den Öffis hinwollt, dann müsst ihr euch das passende ÖPNV-Ticket zu jedem Spiel runterladen, und ich glaube, das muss dann auch sogar ausgedruckt sein, oder so, keine Ahnung, ich weiß glaube ich, ob das auch virtuell als PDF auf dem Handy gilt, ähm, das sind so ein bisschen die Infos zum Stadion, ähm, bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, äh, vor allem auch in Zuschauerzahlen, wie gesagt, ab wann wir wieder mit Andy 50 oder so rechnen können, aber vermutlich erst nächstes Jahr, glaube ich, bin mal sehr gespannt, wie es gegen die Bayern sein wird, weil es halt leider auch unter der Woche ist, also was heißt leider, ich finde es geil, aber halt für viele ist es halt scheiße, auch die halt längeren Anweg haben und so weiter, ähm, weil es in, im Dezember unter der Woche sein wird, ist natürlich terminiert, aber halt eben irgendein Dienstagabend, Mittwochabend, ähm, weil eigentlich werden die Bayern ja auch ein attraktives Spiel zumindest, ich meine klar, das verlierst du in 90% der Fälle sowieso, aber ist ja trotzdem für viele Zuschauer attraktiv, gegen Bayern in den Stadion zu gehen, und das Spiel wäre normalerweise ja immer ausverkauft, äh, aber ich glaube auch, dass da der Mittwoch oder Dienstagabend wieder ein bisschen reinkacken könnte, ähm, also ich glaube eher, dass wir nächstes Jahr wieder in Richtung 50.000, 60.000 irgendwann wieder hoffen können, vielleicht wenn es auch wieder ein bisschen wärmer wird, kommen wir ja wieder in die, in die kälteren Phasen, äh, der Stadionbesuche auch, bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das aussehen wird, ähm, und wie ich schon erwartet hatte, der Party ging jetzt quasi am längsten von allen anderen, wenn man es so vergleicht, äh, aber da habe ich einfach immer viel zu quatschen zum Thema Tickets und so weiter, ähm, würde es aber sagen, dass wir damit hier durch sind mit den News vernetzen, zwei Wochen quasi, wie gesagt, morgen kommt der Vorbericht, ähm, Sonntag Union, dann werde ich vermutlich es so machen müssen, rein zeitlich, dass ich Union Nachbericht und Köln Vorbericht in eins packe, dann eben, äh, Köln Mittwoch Nacht irgendwann, der Stadionvlog noch nach dem Spiel, und dann, ähm, kriege ich es vermutlich hin, einen Köln Nachbericht und einen, ähm, Vorbericht für Augsburg zu machen, ähm, genau, und dann kriege ich auch einen Augsburg, äh, Stadionvlog irgendwann Sonntagnachts dann, also da kommt einiges Geiles zu auf euch, glaube ich, würde ich sagen, gleich fürs Zuschauen und fürs Zuhören, äh, euch ein schönes Wochenende, vielleicht sehen wir uns ja, oder hoffentlich sehen wir uns morgen, im Vorbericht und eben im Stadionvlog dann am Sonntagabend, ähm, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.